Seit Jahrhunderten hatte kein Mensch mehr die Macht, ein Monster zu werden. Bis jetzt! Aber ist das auch sicher? Finden wir es doch aus. Ist alles okay hier und da? Hey, Draco, was geht? Ups. Wieso hast du? Ich hab von Helsings Monsterstrahl benutzt. Du bist ein Mensch. Papst? Oh nein, ich habe die totale Papa-Plauze. Ähm, was geht hier eigentlich vor? Hä? Es geht ab. Was zum? Oh, ich krieg noch Glatze! Und wer sind diese Leute? Ich bin's, Uncle Griffin. Erkennst du mich nicht? Ich hab dich ja buchstäblich vorher noch nie gesehen. Nein! Es gibt einen Ort tief im Amazonas. Nur dort kann die Verwandlung rückgängig gemacht werden. Keine Zeit zu verlieren! Immer noch Mensch. Wenn wir euch nicht bald wieder hinkriegen, werdet ihr für immer so bleiben. Ein Mensch zu sein, ist das Schlimmste. Killer-Mücke. Ich hab sie! Ich hab sie! Hotel Transylvanien. Eine Monsterverwandlung. Ey, hat das Spaß gemacht! Ab 14. Januar. Nur auf Prime Video.